Guten Abend, meine stark verehrten Damen, Herren und Mischgeschlechter, hey Siri. Willkommen in den späten 80er Jahren. Bevor wir mit dem Unterhaltungsprogramm beginnen, hier noch einige Warnhinweise. Beim folgenden dargebotenen Programm handelt es sich um Transvestitenunterhaltung. Sollten Sie aus religiösen, ethischen oder ernährungsbedingten Mangelerscheinungen auf Männer in Frauenkleidern allergisch reagieren, bieten wir am Empfang entsprechende Schutzkleidung aus Nylon-Strumpfhosen an.